Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Stefan, wusstest du, dass Nuss Nougat die Lieblingsschokolade in Deutschland ist? Das ist bitter. Nein, Nuss Nougat. Ich meinte, das ist bitter, weil das auch meine Lieblingsschokolade ist. Wir sind damit Nahrungskonkurrenten. Aua. Finger weg von meiner Schoki, sonst breche ich dir mal die Rippen. Nö, nö, nö. Einmal die Vier und eine Tafel Merci. Momentchen mal bitte. Stefan, und solltest du nochmal auf dumme Gedanken kommen? Du kennst ja den Unterschied zwischen der Polizei und Schokolade. Nee. Schokolade stopft, Polizei führt ab. Also der deutsche Pro-Kopf-Schokoladen-Konsum ist übrigens mit 11,5 Kilogramm im Jahr der höchste in Europa. Noch vor den Schweizern? Wenigstens ein Häppchen, Anke. Stefan, dass ich dir was abgebe, ist wie meine Rittersport-Nuss Nougat hier. Ja? Kannste knicken. Nach übrigens 103 Euro sammeln Sie Schogettenpunkte, haben Sie eine Joghurtte-Card oder sind Sie im Lila-Kuh-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke in der FFA Morning Show mit Daniel und Julia.